Heyo Leute, was geht? Wie erwartet hat RocksGames das nächste Event-Wochenende bzw. die nächste Event-Woche vor kurzem gestartet und zwar geht es nämlich um das Doppelt-Geld- und Doppelt-RP-Serie A heißt Wochenende. Wie auch bei den letzten Event-Wochenenden habt ihr halt eben einmalig die Möglichkeit in dieser Woche heißt also vom 27. Juli bis zum 2. August bei der Serie A heißt eben Doppelt-RP und Doppelt-Geld-Auszahlung zu erhalten und das bedeutet nämlich, wenn ihr diese Serie A heißt absolviert und zwar auf schwer, dann erhaltet ihr eine Gesamtauszahlung von über 1 Million Dollar und zwar genauer gesagt sind es nämlich 1 Million und 10.000 Dollar. Das Ganze ist jetzt nicht so viel wie beim Humane Labs Heist, allerdings finde ich kann man mit dieser Heist auf jeden Fall wie in der letzten Woche auch sehr sehr viel Geld und RP farmen. Dazu gibt es ebenfalls auch die Elite-Herausforderung, mit der ihr eben auch die Möglichkeit habt nochmal Doppelt-Geld dadurch zu farmen und da müsst ihr einfach nur folgendes tun, ihr müsst die Serie A heißt in unter 6 Minuten 30 abschließen, 75 Gegner töten und nicht sterben. Das ist alles, was ihr dann für diese Heist machen solltet. Ich denke, dass die Zeitbegrenzung denke ich das schwerste sein wird bei dieser Heist, allerdings würde ich die Elite-Herausforderung schon wirklich im Vergleich zu den anderen Heists wie zum Beispiel Humane Labs nicht als unmöglich sehen und deshalb solltet ihr euch auf jeden Fall an diese Herausforderung einmal probieren. Ebenfalls gibt es dann wie gewohnt auch eine breite Liste, wie ihr nämlich in Aktivitäten noch Doppelt-RP farmen könnt. Die ganze Liste habe ich euch einfach mal hier kurz eingeblendet, so damit ihr sehen könnt, wo man nämlich noch einmal Doppelt-RP erhalten kann. Ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues mehr, das ist eigentlich das ganz gewohnte Event-Wochenende, aber ich hätte noch einen kleinen Insider-Tipp für euch und zwar war das nämlich bei den letzten beiden Event-Wochenende so, dass jeweils am Freitag dann alle Heistfahrzeuge, die dann zu dem Event-Wochenende gehört haben, beziehungsweise dadurch freigeschaltet wurden, eben 50% günstiger waren und deshalb kann ich auch schon auf jeden Fall vermuten, dass es ebenfalls auch an diesem Freitag wird, also solltet ihr auch darauf gespannt sein, dass die Heistfahrzeuge von der Serie A auf jeden Fall am Freitag 50% günstiger sind. Ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues mehr dazu sagen, wie gesagt, falls ihr halt eben keinen Kollegen habt, der mit euch diese Heist zocken kann, dann schreibt eure PSN-ID bzw. euren Xbox Live Gamertag einfach in die Kommentare, um euch gegenseitig zu dieser Heist zu verabreden. Das war's dann auch schon von diesem Video, falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben sehr freuen, ich bedanke dich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal auf dich wieder. Ciao! Outro